So, erste Autofahrt gut überstanden. Wir warten jetzt, dass der Tierarzt uns reinlässt, beziehungsweise die Welpen reinlässt. Ich weiß noch nicht genau, wie es ablaufen wird. Ja. Es wurde zwar gequakt, aber meistens nur von einem. Keine Ahnung, wer es war. Ob was reingegangen ist, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Also, ob sich einer übergeben hat. Sieht aber nicht so aus. Sieht gut aus. Also, ich sag mal, es war ganz okay für die erste Autofahrt. Jetzt bist du im Kopf. Das war's für heute.